Hallo meine Lieben, ja nach den ganzen Shopping Haul und Unboxing Videos habe ich mir gedacht, es ist auch noch mal Zeit für ein neues Reaction Video, denn Starship Entertainment war gnädig. YouSungo ist wieder da mit einem neuen Video und dieses Video, Only You, es war schon Montagnachmittag draußen, da habe ich das schon gesehen, aber das war schon relativ spät und da hatte ich einfach keine Zeit, jetzt irgendwie noch ein Video deswegen aufzunehmen und ich habe auch in den Tagen dazwischen es tunlichst vermieden, das Video mir anzuschauen, weil ich gerne bis heute warten wollte damit. Und ja, ich bin gespannt auf das Video, ich hoffe inständig, dass er in diesem Video erstens nicht wieder tot ist oder zweitens nicht wieder stirbt, so wie in den letzten Videos, weil sonst wird es langsam echt mankaber. Wie in dem auch sei, ich starte jetzt schon mal die Aufnahme und ja, lange Rede, kurzer Sinn, es wird mit Sicherheit ein schöner, ruhiger Song, mit Sicherheit auch mit Gitarre, nehme ich mal an. Also, ja, worauf warten wir noch? YouSungo mit Only You in 3, 2, 1, los geht's! Wald, Vögel, Eisenbahn, Boot, Wasser, okay, Regenbogen, Sonne, Vogel, Seifenblasen, Oh, das sieht so gut aus mit Brennen. Oh, das sieht so gut aus. Oh, das sieht so gut aus. Hammer. Also ein richtiges Dobby-Video ist es dieses Mal wohl nicht. Ah, so viel alte Sachen. So alte Kamera, alter Kassett-Mirror. Oh, wow. Okay, das ist schon mal anders. Das ist schon mal anders. Oh. Oh, wow. Das ist schon mal anders. Oh, wow. Das kenne ich auch noch. Also für die Leute von euch, die keine Musikkassetten mehr kennen, aber das war ein generelles Problem mit den Singern. Ich weiß zwar nicht, wenn er noch singt, aber sie ist ja in mir auch. Gott, für mich ist das gerade nicht nostalgisch, weil das kenne ich auch noch. Selber Musikkassetten irgendwie zusammenbasteln und... Gott, ich bin alt. Man merkt es. Aber das kenne ich noch. Ich verstehe... Alles klar, die Kassette war ein Geschenk für jemanden. Alles klar. Ein Hammersong muss ich sagen. Also... Wahnsinn Respekt vor dem Jungen. Ich meine... Der ist, ich glaube, wie alt ist der jetzt? 19, 20 und man schreibt alle seine Songs selbst und komponiert das alles selbst. Und ich fühle mich so dermaßen unschalmentiert. Aber der absolute Hammer. Ich fand, das Video passte auch eigentlich sehr gut zu dem Song. Also, dass es nicht so wirklich ein Story-Video quasi ist. Okay, eine klitzekleine Story ist da ja drin. Aber das war auch gar nicht irgendwie so großartig jetzt irgendwie... Ne, man sieht gar keine anderen Leute. Sondern eigentlich viel mehr Natur. Und, ähm... Aber ich muss sagen, gerade auch durch das Video... Echt, Korea muss auch wunderschön sein. Ich glaube, da muss ich vielleicht auch nochmal irgendwann hin. Aber... Also, wow. Hammer Video. Und, äh... Danke, Yusungu, dass du nicht wieder gestorben bist in dem Video. Das hätte mich jetzt echt erschüttert, wenn das wieder passiert wäre. Aber... Ähm... Ja. Mega-Song. Wow. Hammer. Absolut Hammer. Also... Wenn das heißt, neues Mini-Album oder so... Ja, dann weiß ich ja schon, was ich wieder kaufen muss. Ah... Okay. Ne, das war echt super, super schön. Ich bin... Gerührt. Ja. Ich gebe es zu. Aber... Bei sowas bin ich nah am Wasser. Gebaut. Okay, meine Lieben. Ja. Das war's mit meinem Reaction-Video zu... Yusungu. Only you. Featuring... Äh... Wen auch immer. Ich kann's jetzt leider so direkt nicht lesen. Oh. Hier die Antworten. Heisei heißt, äh... Die Rapperin. Okay. Gut. Sagten mir bisher nichts, aber... Ihre Stimme passte auf jeden Fall super zu dem Song. Also... Klasse. Ja. Das war's auch für dieses Video. Und, äh... Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ähm... Wie euch das Song gefallen hat. Also... Ich bin... Geflasht, sag ich mal. Super, super toll. Okay, meine Lieben. Das war's dann auch für heute mit Videos. Und, ähm... Ich sage dann mal... Wir sehen uns nächste Woche dann mit neuen Videos. Und bis dahin... Macht's gut, meine Lieben. Bis dann.